Die Arbeit, keine Ahnung, natürlich, die Karki-Sahre und die Karki-Sahre, die Karki-Sahre. Die Karki-Sahre ist ein sehr guter Typ, der Karki-Sahre ist ein sehr guter Typ, der Karki-Sahre. Die Karki-Sahre ist ein sehr guter Typ, der Karki-Sahre ist ein sehr guter Typ, der Karki-Sahre. Die Karki-Sahre ist ein sehr guter Typ, der Karki-Sahre ist ein sehr guter Typ, der Karki-Sahre. Die Karki-Sahre wiederholt immer wieder das Gleiche. Sie ermittelt in aller Richtungen und Sie wissen nur eins, es gibt keine Verbindung zwischen dem Mörder und dem Opfern. Die Karki-Sahre ist ein sehr guter Typ. Die Karki-Sahre ist ein sehr guter Typ, der Karki-Sahre ist ein sehr guter Typ, der Karki-Sahre. Untertitelung des ZDF, 2020